So liebe Leute, ich bin wieder da. Ja, ich werde das Ganze jetzt so filmen, so wie jetzt. Ich kann mich nicht selber filmen dabei. Ich habe ein Problem, nämlich ich kann nicht mit der Kamera aufnehmen, auch mit der Headset-Kamera, weil das irgendwie dann abstößt. Ich sehe dann vor mir nichts, das ist alles. Ich würde für eine zweite Folge machen, wenn das klappt. Und da werde ich mich dann selber filmen. Das müsst ihr nächstes Mal aufnehmen, aber es ist so spät, dass ich jetzt echt nicht das Ganze vorbereiten möchte. Aber in der nächsten Folge versprochen. Wir gehen auf Singleplayer, wir gehen auf New Game. Ich bin No Enemies in the World, was mich erschreckt. Keine Fan auf der Welt. Ich bin auf Normal. So. Gut. Forest. Ich bin neugierig, wie ich da teleportieren kann. Ich hoffe, da teleportieren. Das wird jetzt echt blöd, wenn ich da jetzt in echt wie nehmen muss. Sonst bekomme ich ja diese Motion Sickness-Dingens da. Ah, sehr schön. Ey, genau wie ihn. Skip. Was kann ich da machen? Oh, scheiße. Ah ja, stimmt. Wir stützen ja. Ey, das bin ich. Ich sehe mich von oben. Wie geil ist das denn? Alter, das sieht so echt... Oh. Oh, Alter. Das sieht aus, wie wenn ich wirklich im Flugzeug drinnen bin. Okay. Kann ich da teleportieren, oder? Oh, was rückt. Wie gehe ich jetzt automatisch? Das wollte ich gar nicht. Warte mal, ich will mich da kurz mal durchfussten. Wie gehe ich jetzt? Was ist das? Ja, mein komisches Ding. Kann ich da was interagieren? Kann ich da was nehmen? Ah. Aha, ich. Okay. Komm, im Beutel. Keine Ahnung. Äh, ich hab's... Oh, movement blockt. Ja, ich werden... Ah, guck mal. Ich habe Hunger. Ich muss mir etwas essen. Okay. Sehr schön. Ich habe mal was zum Essen genommen. Übrigens ist das noch Beta, ja. Also das Ganze wieder mal gefixt. Immer nochmal. Oh. Cool. Kremi-Server irgendwie. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich ein Gürtel? Nein. Okay. Okay, gehen durch. Ah, okay. Gehen durch mit dem... Mit dem Pad. Oh, das ist aber nicht gut. Oh, keine Teleportfunktion. Das ist... Ah, was ist das? Ich will jetzt mich kurz mal bücken. Ja. Ich kann mich nicht mal bücken, weil... Oh, jetzt bin ich größer. Ist mir wieder normal. Okay, gehen wir mal weiter. So. Ich nehme das. Sehr schön. Tabletten habe ich jetzt auch, komischerweise. Was zum Essen? Ich will das essen. Okay. Kann ich sie... Okay, ich stehe mal kurz auf. So, jetzt bin ich... Das. Ich will das... Ich will das essen. Take. Nicht take. Oh, was war das jetzt? Okay, ich gehe jetzt einmal runter. Alter, die Leute, die das gespielt haben... Es ist genauso wie im Spiel, wie wenn man vor dem Monitor sitzt. Aber man ist jetzt... Es ist echt geil. Ja, an dieser Steuer muss ich mich trennen. So. Ich bin etwas zu groß. Ich darf nicht auf den Boden nicht schlagen. Ah, irgendwie... Ah, okay, man muss sie nicht bücken. Was habe ich da? Survival Guide. Ah, okay. Was war denn da schönes? Ähm... Ich hoffe, man kann mich auch hören. Ich kann es nicht lesen. To craft an Item, you need to collect, blah, blah, blah. Okay. Hm. Gut. Ich habe For the Forest gespielt. Man drückt jetzt auf I oder so mental. Ähm, warte, ich will den Stern da nehmen. Sehr schön. So, ich habe den Stern? Es ist echt... Oh, ich kann was machen. Hang on, ich find something to eat. Ich war hungrig. Ähm, vergiss er nur... Ah, sehr schön. Äh, was haben wir denn da? Ich will was essen. Was ist das? Das ist was zum Trinken. Ich muss auch was essen. Okay, was ist das? Optionen. Auf der Memory muss ich mal weitergehen. Okay. Take, take. Eigentlich recht simpel. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Mal da her. Ich habe was gefunden. Ja, das war es nicht. Das war es. Äh, wo haben wir denn das jetzt? Äh, ne... Aper. So. Sehr schön. Ich habe da auch eine Uhr gefunden. Oh Gott. Medizin habe ich auch gefunden. Ein Stein habe ich. Ein Stock. Das fällt da runter. Gut. Ich gehe mal weiter. Sehr schön. Ein bisschen Durst. Oh, das geht schon. Sag ich mir aber weiter. Oh, stimmt. Ich gucke noch, ob ein paar Minis ist. Alter, das ist... Also, das ist ein Survival-Game im Spiel. Das ist echt episch. Alter, wenn ein Baum runterfliegt. Das hebe ich jetzt zwar nicht auf, aber ich wollte das mal ausprobieren. Peelen habe ich gefunden. Was hat man da schönes? Ah, sehr schön. Der was zum Essen. Falsch. Walscher Knopf. Sehr schön, was zum... Ich werde jetzt mal was trinken. Okay, sehr schön. Gut. Da haben wir noch sehr viele Koffer. Ich glaube, die werde ich jetzt alle mal aufreißen. Es ist halt... Ja, der Muschel-Signis ist halt brutal. Wenn man es nicht gewohnt ist, wird denjenigen schlecht. Aber es zu einem Funktion, das wäre echt nicht schlecht. So. Da haben wir Schokolade. Eigentlich könnte ich das Ganze auch im Sitzen spielen. Nein, doch nicht. Das erkennt er dann irgendwie nicht. Ah, komm schon. Da macht noch was. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal... Ja, genauso wie... Wie wenn man das jetzt vor dem Ding spielt. Was habe ich denn da? Was habe ich denn da gefunden? Ich weiß gar nicht. So, wow, guide. Und... Aha. Und da wollte ich natürlich Energie... Mhm. Das sind die Sachen... Gut, wenn man das Spiel ja kennt, braucht man das Ganze nicht. So. die brauchen wir natürlich bis vorher ich hoffe ich habe das aufgesammelt ich weiß gar nicht die beeren irgendwas habe ich jetzt auch gehoben artig stöcke stehen wir häuschen bauen ich doch schneller ich kann sogar schneller laufen heute ich höre was sitzen meistens da oben ich habe jetzt was gegessen oder das war ein reh ich mich jetzt wohl erschreckt was kann ich da oh jetzt sehe ich mich selber was ist los bin ich krank da dürfte glaube ich irgendwo eine höhle sein oder so man kann sogar mit dem kopf lenken das ist sogar angenehmer gegen musik signis ich konnte mir jetzt nicht sehen so unheimlich aus normalerweise bin ich immer am strand kann man schwimmen auch ja man kann sogar schwimmen das bin ich sauber cool also man fühlt sich da wirklich das ganze kann man auch koop spielen und so am survival game jetzt eine stunde durchspielen also es spielen und dann ohne teleport er muss man sich dringwöhnen gesagt es kann passieren dass denjenigen schnell mal schlecht wird beim ist das jetzt momentan nicht davon aber viele äste ok mein ding ist es wohl ich würde sagen ich brauche jetzt mal was das zum speichern war hunting shelter da kann ich schlafen also wenn ich doch untersprechen kann ich weiß da kann man das steht da drauf items needed da bräuchten wir sieben sterne möchte ich nun das jetzt mal so so das geht man daher sieben fette hölzer sieben solche dinge und ich hier fehlt noch ein stern sollte normalerweise hier ich bin ich bin ein stern was brauche ich noch ja und da muss ich ein stern da muss ich ein stern benutzt doch solche bäume aber das haben wir ja klar okay das ist gar nicht so anstrengend das ist aber ein fetter baum sehr schön in welche richtung ok ich weiß gar nicht wie viel man tragen kann ok das geht jetzt nicht gut warten das jetzt da vorne so so allein bin ich nicht wie noch kein hunger es ist noch nicht dunkel ich weiß dass es 30 mit dem blog nicht okay ich würde mir jetzt einfach einen neuen baum holt da liegt da liegt zwei sogar einmal so ok da drüben ist ein reh da ist ich brauche noch drei stück einen monstgarten vor uns cool ich kann sogar eins zwei jetzt brauchen wir noch eins ich möchte jetzt mal fallen lassen jetzt kann ich sprechen das ist gut was wir jetzt brauchen ist noch das allerwichtigste ist so so und ich war mir das war mir das habe ich fleisch gefunden okay ich habe fleisch gefunden nehme ich mir aber jetzt da war nämlich wir haben sogar eine feder gefunden so wir haben jetzt noch mehrere feder gefunden schön schön wir haben jetzt eigentlich das was wir brauchen was habe ich jetzt gemacht kann ich das kaputt machen na kann ich nicht wir können trinken jederzeit und und ich würde sagen ich werde mal schluss machen ich werde aber trotzdem noch einmal ich kann warte mal ich kann speichern ich will die nacht einmal sehen zuerst einmal speichern ich hoffe dass dann die die neue beta version da jetzt das spielstand nicht lösch ich finde es ist ein gemütlicher platz jetzt und jetzt ach so warte mal Sekunde man kann ja auch was basteln noch das habe ich ja vergessen man kann ja die ganze sachen kombinieren jetzt ist sie ein bisschen verstärkt ja oh haha das kann ich das jetzt nicht nehmen ich will das fleisch nehmen und ich kann das fleisch nicht nehmen ok ich bin schon voll na warte mal dann werde ich mal was was probieren ich will das nehmen so jetzt gehe ich hin ja das wollte ich jetzt eigentlich nicht so ok ich meine da werden er sicher noch auf das Vögel fliegen ok mal weiß ich jetzt dass sie fertig sind darf das sicher eingeblendet sein Krumpel das sind so viele Flut und die Sandkulisse ist auch ziemlich cool schade dass man mich nicht selber filmt aber es macht ja Ja, ich verpasste nichts. Jumpscares werden sicher cool. Momentan gibt es hier keine Jumpscares, es wird jetzt finster, aber ist jetzt nicht so, dass die jetzt schon kommen. Ja, die kommen erst später. Sorry, muss das sein. Auf jeder. Durch. Jetzt gehe ich auf Use. Ich habe immer gedacht, ich sehe mich jetzt selber. Ich schaue jetzt noch mal, ob ich noch was zu messen habe. Ich würde sagen, ich sperre jetzt noch mal ab. Schlafen kann ich nicht, weil das kein Schlafplatz ist. Da bräuchte ich möglicherweise. So, genau, da tältigen wir jetzt da. Was braucht man da? Okay, wir bräuchten immer noch Stöcke. Stöcke. Wann hat er eigentlich alles? Ich mache das jetzt schnell. Oh, ich komme von diesem Spiel nicht weg. Es ist so extrem spannend. So, wie verbräuchte ich noch? So, wie verbräuchte ich noch? Alter, das ist so, wie in dieser Rädernform ist. Wer bräuchte ich noch? Ich brauche noch ein paar. Ich grabe halt, das stecken brauche ich dich nur. Das ist so finster. Ich kann das nicht. Jetzt habe ich dich. Normalerweise kann man da schlafen. Aber ich gehe jetzt da mal drauf. Normalerweise schläft man. Das ist ein komisches Symbol, das heißt Z. Aber irgendwie kann man nicht. Naja, egal. Ich würde sagen, wenn diese Aufnahme passt. Danke fürs Zusehen. Ich werde dann eine Folge 2 machen, wenn die Bearbeitung dann passt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Und ich will mich natürlich dann noch selber. Also ich werde es probieren. Besprechen kann ich es nicht. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.